Dorflichter lang ja toll ganz schön ja ich bin ein wenig gereizt gerade weil mich diese Stelle hier gerade so tierisch abfuckt jetzt zum x-ten mal erst hängst er da fest und so beschissenen träger und dann kommt da so feiern soll ich mir das einteilen weg damit scharfschutz gewährt damit kann man jetzt noch ein bisschen was machen ja schießt 50.000 mal vorbei man ist mit dieser knarre manchmal zu kotzen man ich hasse diese stelle mittlerweile die geht mir so auf die nüsse das glaubt ihr gar nicht ach jedes mal ab da wenn ich schießen will muss der nachlassen Hallo du Arsch, verdammter Saftsack. Ach, wie nah kommt der denn? Na komm schon, lass doch rum um die Ecke, jawoll. Ach, ne, ne, ich hasse. Wie viele sind denn das, ey? Ich hab keine Lust mehr, das nervt, ey. Er hat jetzt... Ich hab auch viel gebracht. Ah! Ah ja, dann sollen sie erst mal schön. Das sieht jetzt nicht gut aus für uns. Nein! Scheißdinge ist leer. Mach's weg! Ja. Du musstest mir ein Auto unter Scheißdinge unten reinlegen, oder was? Ey, ich mach ehrlich. Ich sag weg damit und du legst es mir... Mach es weg, Blasco! Mann! Ich will das Ding hier oben nicht haben, das bringt mir nichts. Okay, 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 okay. Ach! Halt dein Maul! Halt dein Maul! Alter Kackvogel, ey! Pfff! Jetzt hebt er das Scheißdinge. Okay. Ich brauche ja eine von diesen Dingen. Komm, schmeiß weg! Schmeiß weg! Schmeiß weg! Ich will jetzt erst hier unten das Medipack nochmal aufsammeln hier vorne. Das brauche ich jetzt, definitiv. Ja. Da, die Rüstung. Jawoll! Super! 80, 90. Das ist schon mal nicht schlecht. So, jetzt... Das war das Ganze mal irgendwie... Ach, guck mal einer an! Hallo! Das ist aber schön. Und ich ärgere mich hier mit dem... Na geil! Das laden wir auch mal eben direkt auf. Ja, äh... Ihr müsst mal entschuldigen, ich hab das Scheißding jetzt erst gesehen. Oh mein Gott, ey. Die lassen sich in dem Spiel was einfallen, ey. Das ist echt vorne. Dann geht schon wieder hartlos. Ich lass das Ding mal... Jetzt hat das wieder aufgehoben. Oh Mann, was für eine dicke Kanone! Hätte ich schweiß fahren sollen? Scheiße! So. Hab ne fette Bummi hier. Ich hab das aufgeladen. Kommt ihr jetzt? Äh, ich hab jetzt sonst nicht die Hälfte. Pass auf. Okay, ich mach das jetzt anders. Schmeiß nicht so. Bleib liegen! Ich brauch dich noch. So. Und hab ich jetzt noch... So. Ich hab jetzt aber Nachlagen. Hallo! Und da! Mach das Scheiß nicht gleich! Danke! So. Stehst du auf? Ja, 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 äh... Könnt ich schon da schon einsammeln? Okay. Ja. Ja. Interessant, wie der mich da sehen kann. Sehr interessant. Hm. Oh, mach schon liegenbleiben. Liegenbleiben! Liegenbleiben! Runter! Die stranglie线! Schau. jong. Die stranglie dreht. Und da. Die stranglie dreht. Sieh bitte. Wenn du nicht näher aubleich. ihnne. Sieh bitte. Sieh bitte. Sieh bitte. Sieh bitte. Sieh bitte. ach dein ernst alter scheiße alter fall oben kacklappen zähl ja ja so sieht das also aus ja wo ist er jetzt hin ok er hat sich selbst hochgejagt danke yay oh scheiße diese drecksau jawohl jawohl du lauch alter hat die zwei elme aufgesammelt ja voll verpackt hier aber wir sind noch nicht fertig ok alles klar scheiße ich kann ja hinten nicht mehr ja können wir da auf dem träger zurück da können wir die bumme nochmal aufladen ja ach scheiße natürlich jetzt doch wenn ich jetzt eine leere waffe dabei habe ja scheiße Mist kommen wir nicht mehr ok nehmen wir diese jetzt mit mal ach komm was mal wir brauchen eher Rüstung Medica Meier geil die ist mit der Musik alter ist so heftig geil gemacht das ist aber so ein Wagen ist aber sehr merkwürdig diese Kutsche ok ok Speicher start jawoll aaaaaaah scheiße schmeiß weg das Ding boah ich denke mal da kommen wir nicht weiter da ist die Brücke weg wenn wir hier gegen wer ist dann gehen wir auch hier mal rein oh Rüstung ja 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 viel hast du ja nicht gehabt du Schrotthaufen du krasses damit wat ein Terrorist wat wo komm hey hier ja 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 ich kann es nicht ja 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 hallo du lauch du sohn du wurm alter du alte fix jetzt habe ich die aber die faxen dicke alter in dem spiel geht aber ich gerade ihn nutze ich ab er hat mir doch jetzt wieder ein voll von saft gegeben boop 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 das hier immer noch so einer rumgeiert ja das war hier oben krass alter ich hänge ich dann hier fest machen jedoch mal weg jedoch mal an die seite ja 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 jetzt ist aber finkst die So, doch ja! Willst du mich verarschen? Du sollst doch nicht diese... Nimm dir diesen scheißbeschüsse Flammenwerfer! Du sollst auf das scheiß Ding draufhalten! Boah, ey, das war jetzt aber mega als knapp! Rüstungsverwässerung, ja genau! Was haben wir hier? Gucken, was da drin ist! Unterseite der Brücke! Ja, wer auch mal! Machen wir gleich! Nee, ich hab Brüsselbarkeit... Ach, das gibt's dauerlich, ey, dass ich das mal erleben darf! So, den machen wir dazu! Ach, das ist leer! Okay, da kann ich das scheiß Ding auch direkt nie liegen lassen! Wupp! Nein, den will ich jetzt nicht haben! Nein, 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 nein... Komm! Oh, das war gut! Wer schießt denn? Geht's noch? Fall um! Wer hat dich denn getreten, ey? Mal ganz ehrlich! Okay! 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 Okay!